Nein, Pizzi, warum willst du dich immer auf Kämpfe einlassen? Weil wir dadurch Skillpunkte kriegen. Oh Gott. Ich hab so eine arabische Musik im Hintergrund. Holla. Also ähnlich. Bei mir ist die Musik quasi aus. Ich hab die auf Sound-Effekt. Achso. Vielleicht war es ja ein extremistischer Zombie. Ja. Oder meinst du dieses... Ja, rennen wir nochmal ein bisschen, oder? Rennen. Oder müssen wir schneller öfter bringen. Ich kriege ein bisschen Skillpunkte dafür. Hier oben rechts in den Wald. Das kriegt man trotzdem auch, wenn man normal geht. Nee, Pizzi führt uns durch die Spiegel. Oh Gott, hier sind so viele Zombies irgendwo gleich. Eben, ich seh's kommen. Wir kommen gleich zu einer kleinen Holzhütte. Ohne einen Brunnen. Hier geht's nicht weiter, Pizzi. Doch, hier geht's weiter. Und da hinter dir ist Tommy, hinter dir ist Tommy. Tatsache, danke. Geht, der ist schon mal. Äh, Moment. Ich guck grad. Also wenn dann... Oh je. Dann ist es auch im Sinn, weil ihm gefolgt. Ja, vielleicht hier. Ja, weiter hier. Hier geht's nicht weiter. Ja. Das wird so schief gehen. Ich glaub, wir sind schon alle gebissen. Abenteuer. Hier hoch. Hier hoch. Rumpen oder unten? Hoch. Und dann hier? Nee, hier rechts weiter. Sicher? Nein. Also doch da oben oder unten weiter. Nee, hier links. Weiter hier links durchs Gemüse. Wo ist hier links? Ich seh dich nicht mehr. Ja, wo ich bin. Siehst du mich? Ja, ich seh dich nicht. Nein. Norden. Einfach Richtung Norden. Okay? Da. Wie kannst du, wo seid ihr? Ja, Richtung dein Norden oder mein Norden? Da seid ihr. Das Norden... Wenn du auf B drückst, ist Norden, okay? Ja. So, gut. Hier irgendwie weiter nach Norden. Super. Jetzt muss man uns ja echt durchs Gemüse durchschlagen. So Nordosten-mäßig ungefähr. Dann sollten wir auf jeden Fall in die Hütte kommen. Jeden Fall. Oh Gott. Wir sterben einfach. Scheiße. Ich suche uns mal eine Route aus. Super. Das ist jetzt nur Wald. Ich gehe jetzt einfach mal straight nach Norden. Das ist echt komisch. Ich bin schon hohe Anstrengung. Weißt du, wie langsam ich jetzt hier bin? Ja, eigentlich müssten wir schon links da sein. Eigentlich und müsste. Ne? Ja, Mensch. Also Dennis, du gehst straight nach Norden, dann machst du das jetzt auch. Du siehst doch auch auf der Karte diese Hütte, oder nicht? Nein, ich habe, wie gesagt, ganz rausgesoomt. Und damit ich ungefähr weiß, wo man sich treffen kann. Mhm. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, zu welcher Hütte du uns lotsen willst. Ah, er rennt Richtung Osten. Das heißt, nur Osten? Ja, nur Osten. Und ein bisschen gleich runter, weil wir schon so hochgelaufen sind. Weil die Karte ein bisschen fehlerinterpretiert, was das angeht. Äh, ja. Du kannst einfach noch keine Karte lesen. Ja, das kann auch sein. Und es fängt an zu regnen. Danke, Pilsi. Wo soll hier bitte was sein? Da ist im Wald was. Ja, im Wald. Super. Gott, ich sterbe hier im Wald. Wo kann ich denn hier raus? Wo ist der schnellste Weg nach ganz draußen? Äh, nach ganz draußen? Dann kannst du quasi wieder zurückrennen. Das ist am schnellsten. Ja. Dann werden wir schon tot bis dahin. Wo soll das denn hier sein? Eigentlich ist genau hier eine Holzhütte. Guck doch auf der... Ja, wo? Guck doch bei dir auf der Karte. Super. Dann machen wir dann... Da ist der Bahnhof und dann... Genau, und dann weiter den Bahnschienen folgen. Wenn die Bahnschienen eine Kurve gemacht haben. Nach rechts. Ja. Dann genau da nördlich von. Ach, da willst du... Ah, Pilsi, ich hab dich. Bleib stehen. Wo bist du denn? Ah, da. Direkt hinter dir. Ja, wunderbar. So, hier irgendwo auf der Lichtung müsste die Hütte sein. Weiter... Also, ich sehe die gerade nicht wegen den ganzen Bäumen und so, aber hier muss die sein. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Robert, du hast Stennis umgebracht. Aber nicht extra. Hm. Todes, aber trotzdem. Das ist der kleine Vorwald. Ist da unten ein Zombie? Ich bin durchnässt. Danke, Pilsi. Nee, ich bin auch durchnässt. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ja, da ist ein Zombie. Wir sind da hochgegangen. Und wo waren wir dann ungefähr? Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr zu trinken. Nein, jetzt habe ich nichts mehr zu trinken. Wo soll das denn? Ach, umfüllen in leeren Plattes. Auf der Karte sieht das aber auch so aus, als wäre die Route absolut fest. Als wäre hier kein Wald nicht so dicht da. Deswegen wundert mich das gerade furchtbar, dass wir das nicht hier auch nicht sehen können. Hier, ich glaube, ich bin irgendwo frei. Nein. Ah, ich habe sie weiter Richtung Südwesten, Stefan. Ich habe die Holzhütte. Südwesten. Weh, da ist gleich nichts. Ja, super, es wird dunkel und ich bin klitschnass. Ah, ja, ich habe sie auch. Ich versuche, das Fenster aufzumachen. Kannst du mich beschützen? Ja. Wo seid ihr denn lang, bitte? Ist es offen? Leute, wo seid ihr lang? Öffne Fenster. Als wir in die Wald gegangen sind. Ich bin Richtung, drück einfach D. Okay. Durchklettern, ich mache die Tür auf. Ja. Oh, zum Glück. Ja. Also trinken kann man hier nichts. Kann man nicht irgendwo sehen, wo man sich gerade auf der Karte befindet? Nee, es gibt keine Koordinaten, wie es aussieht. Ich habe einen Spaten gefunden. Okay. So, ich bin jetzt hier ein bisschen frei, aber... Ja, dann bist du schon mal richtig. Ja, dann komm rein. Ist das eine kleine Blockhütte noch? Ja, ganz, ganz klein. Wo kann ich da rein? Rechts. Ach, da. Hallo. Yay. Nach dem Bild sie uns fast alle umgebracht hat. Nein. Kann man auch nichts trinken? Vor allem wird es gleich lustig, hier wieder wegzukommen. Ja. Aber warum wolltest du hier hin? Ich dachte, erstens, die Hütte wäre ein bisschen größer und zweitens, wir könnten ja ordentlich ein bisschen looten. Und wir können jetzt hier die Nacht verbringen. Ja, stimmt. Die Nacht können wir jetzt hier verbringen, aber... Sind wir da irgendwie nach unten oder nach rechts, ne? Ja, so ungefähr rechts. Also eigentlich müssen wir ein bisschen nach Süden und dann wieder nach Osten. Dann würden wir auf so einen Weg kommen, der uns genau rausführt. Aber... Auf der Karte sieht das nicht ganz so dicht aus, das Gebiet. Ja, scheißegal. Wenn ich das selber weiß, dann komme ich da auch raus. Okay. So. Ja, dann können wir da die Hauptstraße einfach nachher weiter nach oben. Ja, genau. Dann kommen wir bei so Bungalos wieder raus. Wenn ich das überlebe. Ja, also ich bin jetzt auch nur noch feucht. Seid ihr auch feucht, Mädels? Ah, nein. Hier ist ein Waschbecken, aus dem ich nicht trinken kann. Ja. Hier ist ein Magazin. Brauchen wir nicht. Das ist geschießen. Die Langeweile. Achso, das meint es. Eine Einkaufstasche, besser als eine Tüte. Will jemand die Plastiktüte haben? Ja. Das bei mir sowieso wenig bringt. Ich habe jetzt gerade drei Sachen drin. Wenn ich jetzt noch mehr einpacke, dann ist es zu viel. Ich habe einen Wandererrucksack gefunden. Da passt mehr rein als in meinen Schulranzen. Ich habe außerdem alles nebengeklickt. Wie passt denn dein Schulranzen? Äh, 15. Okay, habe ich auch. Essen, Durst, beides. Habt ihr die Tür zu, ja? Warum habe ich eigentlich die Remulade dabei? Ach, die kann man essen sein. Seid ihr auch noch durchnässt? Ja. Und wessen Schuld ist das? Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich war es nicht. Ja, schon klar. Okay, keiner bewegt sich. Einer guckt da aus dem Fenster im Nordwesten. Einer die beim Tür, da aus dem Fenster. Okay, ich nehme das, aber ich sehe es so gut wie nichts. Ja, ich muss nur einfach eine Linie haben. Dann gucke ich da oben. Das ist kein Ding. Ist da oben Fenster, ne? Ich höre. Oh je. Das wird schon nicht hier in der Nähe gewesen sein, Freunde. Vor allem, der schießt hier in der Wildnis. Ja, das ist ein Random-Sack. Das Ding ist halt einfach nur, dass dadurch ja die Zombies angelockt werden. Und wenn die hier dann vorbeikommen, sollten wir keine Garage machen. Ja. Und nur zur Erklärung kurz hier dieses Skill-System. Ich kann erst einen Skill-Punkt vergeben, wenn ich Erfahrung gesammelt habe auf einem bestimmten Punkt hier. Deswegen kann ich diesen Skill-Punkt, den man hier oben sieht, noch nicht hier einteilen. Schon ein Schleichender, aber brauche ich nicht. Hier macht ja genug Krach. Ja. Ich bin der Meister der Alarmanlagen. Ja. Aber du hast ja erst noch keine aufgekriegt, ne? Ja. Angemacht. Ja, das kriege ich schon noch hin. Also, wie ist das jetzt? Sind wir jetzt schon in der kleinen Hütte direkt über der Stadt? Nicht über. Also rechts von uns ist so ein kleiner Vorort. Ah, okay. Dann sind wir also doch da. Ich habe die Karte ja offen, aber nicht sonderlich nah reingesucht. Hm. Du siehst ja die große gelbe Linie, die sich da irgendwie durchzieht, ne? Die große gelbe? Ja, genau. Ja, so. Und dann, da führt ja zwischen den beiden Städten so eine Straße lang. Ja. So, und wenn du da etwas nach links unten gehst, dann sind da so drei Punkte. Ja. Und nochmal links unten, da sind so mehrere Trailerparks. Ja. Direkt links davon, also westlich davon. Ach, scheiße, da sind wir erst. Okay. Oh, blöd. Hm. Das dauert ein bisschen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal da runter, gehen in den Trailerpark und dann straight nach oben und hoffen, dass wir irgendwann eben ankommen und dann sterben wir und dann war es alles vorbei. Okay. Und dann nukle ich das Spiel erstmal wieder nicht an. Yay. Ein guter Plan. Egal, das hatten die Leute wieder ein bisschen. Bis es wieder Fahrzeuge gibt. Es wird hier nie Fahrzeuge geben. Doch. Sicher? Also, nein. Aber doch. Ja, schön wär's schon. Es muss welche gehen. Ich hätte dir was auf den Boden gelegt hier. Das war ich. Ja, gerade Flaschen. Mhm. Mhm. Kann man die nicht aufwählen? Probier's. Es kommt bei mir Musik. Kann auch nicht mal die. Was ich des Todes. Nee, okay dann nicht. Aber ich kann mal die Plastiktüte hier noch weglegen. Nach zwei Stunden dann können wir weiter. Yay. Dann riech'n es wahrscheinlich wieder. Mhm. Das ist ja nicht so awesome. Ich hab noch Eis. Ich bin durstig. Scheiße. Vielleicht, äh, im Klone? Nee. Hab ich schon. Als wir drangekommen sind. Ich hab Chips dabei, aber die bringen ja nix gegen den. Ich hab noch ein bisschen Limo, aber die brauch ich vermutlich gleich selber. Ja, noch ist ja nicht so schlimm vielleicht. Ja, unten, wenn wir dann da in der Hütte sind. Eben. Wenn wir hier aus dem Wald überhaupt wieder rauskommen. Ja, kommen wir. Wir werden ja elendig verrecken. Ja, wahrscheinlich. Das lernen wir aber so oder so. Ja. Denn this is how you die. Dö. Es ist voll schade, dass man nicht mehr sieht, wie viele Zombies man getötet hat. Ja, wie ein bisschen, ne, buggy. Das ist irgendwie blöd. Naja. Hunger hab ich jetzt auch, aber ich hab eine Dose und einen Dosenöffner. Ihr wisst, was das heißt. Du wirst, du wirst den Dosenöffner essen? Genau. Und die Dose wegwerfen? Vielleicht. Du benutzt die Dose, um einen Zombie zu erledigen, damit du dir den Dosenöffner in Ruhe vornehmen kannst. Genau. So wird's laufen. So wird's laufen. Ich wusste es. Er sabotiert uns. Er sabotiert sich selbst. Nein, ich Dosenöffnere mich selbst. Wenn das ein Wort wäre. Wir machen's zu einem. 50 Minuten. Also, ich weiß nicht. Das ist eh toll, in so einer Apokalypse kann man ganz neue Wörter erfinden und so ein Shit. Kann ich auch so. Ja, dann brauchst du schon eine Apokalypse für. Eben. Weil sonst nimmt dich ja keiner ernst. Hab ich da gerade was gesehen draußen? Eine Bewegung? Ich weiß es nicht, wo du denn? Rechts unten? Ja. Ich seh da keinen. Okay. Um 3 Uhr ist es wieder hell? Weiß nicht. Auf jeden Fall so hell, dass man vielleicht mal rausgehen könnte. Na, durch ein Wald? Ich weiß nicht, wie es hier ein Wald ist. Ja, im Wald siehst du eh nichts. Ja. Ach, eigentlich kommen wir jetzt schon wieder raus. Ja. Also gehen wir jetzt einfach straight? Ja, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Runter? Ja, wir müssen hier irgendwie ein bisschen nach rechts. Ja, rechts, ne? Pilsi? Ja, ich folge euch. Genau, hier rechts und... Hier unten, oder? Genau, hier nach unten. Irgendwie. Gott. Eigentlich müsste der Weg viel offener sein. Ja. Hier so unten rechts durch. Oh Gott. Ja, genau. So, hier... Ja, das sieht doch gut aus. Bisschen was dickeres. Nicht? Ich bin schon ausge... Ich kann schon nicht mehr. Ja, dann warten wir mal ein bisschen. So, hier gehen wir jetzt ein bisschen nach rechts. Ja, bloß nicht ins komplette Dickicht. Wie, Pilsi? Ja, ich bin noch hinter euch. Okay, wenn du was sagst. Bitter. Das ist eigentlich echt cool gemacht, dass man nur die Richtung sieht, in die man auch schaut. Ja, also wir sind auf jeden Fall richtig, weil wir hier gerade nach rechts gehen. Das ist okay. Aber ich glaube, wir sind nicht zu weit nach unten. Nee, weil ihr geht schon wieder nach oben? Ja. Ja, weil wenn du mal guckst, da... Nur hier schon? Ich weiß nicht. Irgendwo hier unten, oder? Da? Ich würde noch ein bisschen weiter nach rechts und dann erst nach oben. Ja, aber das Problem ist, da wo wir in dieses große Gebiet gekommen sind, auf der Linie müssen wir eigentlich schon fast wieder nach Osten. Ja, eben. Also einfach auf straight D drücken? Ja, das kann ein bisschen dauern. Ich würde ein bisschen... Ich gucke mal ein bisschen... Eher weiter noch nach rechts. Also da, wo ich gerade bin, sieht richtig aus. Oh ja, hier ist frei. Seht ihr mich? Ja, aber du siehst es nicht. Dennis? Ja. Mehr so süd-westlich. Straight des Weges. Ich habe übrigens immer noch Durst. Ja, ich auch. Und ich bin kaputt. Sollen wir dich reparieren? Ich habe einen Nägel. Ich habe auch so ein paar Nägel, 30 Stück, um genau zu sein. Und Holzkleber. Ja, hier ist draußen. Wunderbar, wir haben es geschafft. Freiheit! Hallo, Zombie. Hallo, Freiheit! Hast du ihn jetzt Freiheit genannt? Ja. Ich finde, das ist ein guter Name für einen Zombie. Freiheit? Da unten ist ein Grill. 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 Vielen Dank.